herzlich willkommen zu einem neuen gedanken blitz auf meinem youtube kanal der hier fand ich habe in den letzten tagen jetzt immer mal wieder sowohl im internet in geschriebener form als auch bei youtube filmen gesprochen das wort jubeljahr gehört und ich verstehe wie das von den verschiedenen schreibern oder rednern angewandt wird jubeljahr will sagen dass wir in eine zeit gehen in der die lebensumstände für uns alle einfacher und leichter werden und die lebenshaltungskosten sinken wegen freier energie und möglicherweise wegen eines bedingungslosen grundeinkommens aber da ich den begriff jubeljahr aus der bibel kenne und der zusammenhang ein klein wenig anders ist möchte ich das heute sozusagen zusätzlich als information zu dieser ganzen diskussion um die zukünftige entwicklung und um die gute zeit in die wir möglicherweise eintreten erklären oder hinzufügen ja worum handelt es sich eigentlich bei diesem jubeljahr im alten israel wir können das finden in dem dritten buch moses in leviticus also entnommen aus der torah und hier noch ein kleiner nebengedanke also die torah waren die ursprünglichen worte von tor tor wird sogar wie tor geschrieben waren also die worte des gesetzes wie wir sie auch in der peron santis finden und in verschiedenen anderen gesetzestexten die einfach auch die grundlage der fünf bücher mose jetzt unabhängig von dem geschichtlichen bericht in diesen fünf bibelbüchern bildet also die torah die worte des gottes tor sozusagen das allgemeingültige kosmische gesetz heruntergebrochen auf verhaltensregeln für uns menschen so und in dieser torah gab es eben die anweisung an das volk an das diese worte gerichtet waren sechs jahre normale arbeit zu verrichten und am siebten jahr die felder und die obstbäume ruhen zu lassen also so viel vorrat zu schaffen während sechs jahren dass genügend vorräte zum leben für ein siebtes jahr vorhanden wären und das war das sabbatjahr also alle sieben jahre sollte es ein sabbatjahr geben und nach sieben mal sieben jahren das wäre also dann das siebte sabbatjahr das 49 jahr sollte es dann im darauf folgenden jahr im 50 jahr ein jubeljahr geben also das sabbatjahr war alle sieben jahre das jubeljahr alle 50 jahre und das würde dann bedeuten dass das siebte sabbatjahr und das jubeljahr nacheinander kämen so dass also quasi die felder für zwei jahre nicht bestellt wurden oder würden je nachdem wie oft es in der geschichte passiert ist also das wäre die vorgabe dann würde zwei jahre hintereinander kein ackerbau betrieben und kein obstbau und kein wein anbau und so weiter man müsste also quasi in den jahren davor genügend vorräte anlegen um dann diese zwei sabbatjahre gut überstehen zu können und den text dafür finden wir im dritten buch mose im kapitel 25 also im buch leviticus und einfach um das noch einmal dieser jetzt allgemeinen diskussion ne sara g sara schuldenerlass und was auch immer in verbindung mit diesem jubeljahr an erwartungen da ist möchte ich jetzt einfach mal den text lesen und eben einen wichtigen aspekt noch hinzufügen und du sollst zählen sieben sabbatjahre sieben mal sieben jahre dass die zeit der sieben sabbatjahre 49 jahre mache du sollst die posaune blasen lassen durch euer ganzes land am zehnten tag des siebenten monats am versöhnungstag und ihr sollt das 50 jahr heiligen und sollt eine freilassung ausrufen im lande für alle die darin wohnen es soll ein erlassjahr für euch sein da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem besitz und zu seiner sippe kommen als erlassjahr soll das 50 jahr euch gelten ihr sollt nicht säen und was von selber wächst nicht ernten auch was ohne arbeit wächst im weinberg nicht lesen denn das erlassjahr soll euch heilig sein vom felde weg dürft ihr essen was es trägt das ist das erlassjahr da jedermann wieder zu seinem besitz kommen soll wenn du deinem nächsten etwas verkaufst oder ihm etwas abkaufst soll keiner seinen bruder übervorteilen sondern nach der zahl der jahre vom erlassjahr an sollst du es von ihm kaufen danach wie viele jahre noch ertrag bringen soll er dir es verkaufen sind es noch viele jahre so darfst du den kaufpreis steigern sind es noch wenige jahre sollst du den kaufpreis verringern denn die zahl der ernten verkauft er dir so übervorteile nun keiner seinen nächsten sondern fürchte dich vor deinem gott denn ich bin der herr euer gott darum soll das land nicht für immer verkauft werden denn das land ist mein und ihr seid fremdlinge und beisassen bei mir und bei all eurem grundbesitz sollte für das land die einlösung gewähren so das war also diese regelung des erlassjahres das ist jetzt hier aus der luther bibel zitiert aber andere bibel übersetzungen sprechen von jubeljahr und daher kommt dann eben auch dieser begriff der mit nesara gesara und so weiter schuldenerlass verbunden wird aber hier geht es auch noch um andere dinge beim jubeljahr es geht hier eben auch um ruhen um ablassen von arbeit also dieser grundgedanke des sabbats überhaupt ja um sich einfach mal wieder auf sich selbst und auf seine beziehung zu der quelle allen seins zu gott zu den geistwesen zu der geistigen welt und so weiter zu überdenken und einfach mal zur ruhe zu finden also dieses jubeljahr das können wir hier schon mal festhalten sollte auch ein jahr sein an dem die menschen sozusagen aus dem frenetischen rhythmus dieser zeit etwas herausgelöst werden und einfach zur ruhe kommen und ich persönlich finde die ruhe die entschleunigung die jetzt eingetreten ist sehr wohltuend und wir sollten sie wirklich nutzen um einmal nach innen zu blicken einmal sozusagen zu uns und unseren gefühlen hin zu blicken und ein weiterer punkt der mit diesem jubeljahr verbunden war war jetzt nicht notwendigerweise schuldenerlass das ist ja wie gesagt das was man gerne damit verbindet also es wird eine währungsreform geben und man wird die schulden erlassen bekommen und die guthaben werden gestrichen das ist alles wünschenswert um die macht der hochfinanz zu brechen aber darum geht es jetzt nicht wirklich bei dem ausdruck jubeljahr oder erlassjahr sondern alle sollten ihr angestammtes und ererbtes stück land zurück erhalten also das war eine sehr sehr sinnvolle maßnahme das wäre auch wirklich etwas für die neuere zeit dass man land nur für eine gewisse zeit kaufen konnte also wenn man ein stück land kaufte und das jubeljahr war noch 48 jahre entfernt dann war der kaufpreis natürlich wesentlich höher als wenn man ein stück land kaufte und das jubeljahr war nur fünf jahre entfernt also das verstehen wir sehr deutlich und es war eben auch ein regulativ das super reichtum sozusagen angehäuft werden kann weil alles musste nach 50 jahren an den ursprünglichen besitzer zurückgegeben werden diese zurückgabe von eigentum erfordert natürlich auch dass wir eigentum besitzen dürfen und das ist ja etwas was in der heutigen zeit in der heutigen rechtsordnung überhaupt gar nicht möglich ist also juristische personen das was wir alle sind um mit diesem system zu agieren haben kein recht auf eigentum alles was wir an eigentum haben ist ein stuhl ein tisch ein bett und ganz wichtig natürlich für die mächtigen ein fernseher alles andere dürfte uns sozusagen ein gerichtsvollzieher pfänden das muss er bei der pfändung da lassen es gibt also einige dinge die sind unveräußerliches eigentum aber eigentlich sind diese dinge nicht wirklich wichtig aber wichtige dinge wie ein haus ein grundstück und so weiter sind nicht eigentum man kann sie uns jederzeit unter welchem vorwand auch immer und dann eben immer mit gewalt wegnehmen man denke nur an zwangsräumung also das war in dieser rechtsordnung damals nicht möglich das eigentum war unveräußerlich und es wurde sozusagen gegen einen leihpreis verliehen und kam dann wieder zum ursprünglichen besitzer zurück und hier haben wir einen aspekt den wir auch nicht unterschätzen dürfen die bibel sagt zum beispiel auch dass die erde den menschensöhnen gehört und jetzt sind ja wesenheiten hier und das möchte ich jetzt nicht zu sehr vertiefen aber die gehören nicht auf diese ebene und die versuchen aber doch diese gesamte ebene in besitz zu nehmen und diese wesenheiten werden jetzt das eigentum das den menschen unveräußerlich gehört an sie zurückgeben müssen das sind einfach kosmische kreisläufe und das wird geschehen schuldenerlass hat eben mit dem neustart des finanzsystems zu tun aber das jubeljahr selbst heißt einfach das eigentum gehört dem rechtmäßigen besitzer und wird an ihnen zurück erstattet und wir hatten ja 2015 das jubeljahr der jubeljahre nämlich das 70 jubeljahr und wir wissen ja welche wichtige bedeutung die sieben in der numerologie und auch in der kabbalah hat und 2015 war ja sozusagen der start der letzten großoffensive derer die uns das eigentum dass sie uns entweder durch betrug oder durch gewalt entwendet haben zurückgeben müssen und wir können zuversichtlich sein dass diese letzte großoffensive nicht erfolgreich sein wird sondern dass sie scheitern werden mit dem versuch uns dauerhaft zu enteignen wir menschen haben das recht auf die erde es ist unser eigentum es ist nicht unser besitz sondern unser eigentum und es wird uns jetzt zurück erstattet werden und wenn er ganz aufmerksam in die kleinigkeit in der politik hineinblickt dann erkennt ihr immer mal wieder an kleinen stellen dass erleichterung des jochs und sozusagen eine indirekte rückgabe von geldmitteln von eigentum jetzt schon passiert in dem das eine oder andere gesetz nicht in kraft tritt oder zurückgenommen werden muss oder einfach stillschweigend ausläuft so das waren also jetzt noch meine gedanken zum thema jubeljahr und das soll euch einfach noch eine kleine vervollständigung dieses ganzen themas geben und vielleicht ist diese ordnung des jubeljahres aus der torah aus den sozusagen überlieferungen des gottes torah ein wichtiger und guter ansatzpunkt für die neue organisation nach dem system neustart dass man eben damit auch verhindern kann dass dauerhaft gewaltiger besitz angehäuft werden kann sowie in die queen of england hat oder die katholische kirche das wäre in dieser rechtsordnung damals eben nicht möglich gewesen es wäre alles dezentral gewesen parzelliert und jede familie hätte sozusagen unveräußerliches eigentum soweit also dieser gedanke ich bedanke mich fürs zusehen würde mich freuen euch auch beim nächsten mal wieder willkommen heißen zu dürfen und wünsche euch noch einen schönen tag